Ich hab mal die Schnellreise offline gemacht. Schade, dass man das eben im Schneckentempo durchlaufen muss mit der Schnellsuche. Dass das Gebiet hier so klein ist. Ach, dann eben nicht. Ach, ich will eh an der Grenze. So. Hier irgendwas? Nein. Irgendwie hab ich deswegen hier das Gefühl... Wieso stören Sie mich bei meiner Kistensuche? So. 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 Dann wird er eben aggro. Warum hat die die eigentlich gerade angegriffen? Das verstehe ich gar nicht. Ich mache das auch. Ach, der hat die so weggeboxt. Wow. So, fertig. Das Blaue weg ist. So, das war das doch. Hm. Seitstelle Koms? Ah, Hilfe, tu mir nichts. So einer ist das nur. Hm. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass das hier gewesen ist mit der Kiste. Weil ich hier doch etwas... Warum kann ich da nicht knacken oder irgendwas? Verstehe ich nicht. Weißen jetzt sechs... Da auch wieder fünf. Naja, vielleicht sollen auch nur fünf Flaschen drin sein. Ach so, da war ja der Gefangene drin. Der ist ja jetzt nicht mal da. Das ist ja nicht mehr relevant. Hm. Oh, jetzt die Kanonen hier. Ja. Oh. 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 Beruhige dich erst mal. Ich glaube, hier hatte ich auch schon eine Truhe. Sie hat ja auch super zahlreich. Klar, dass hier irgendjemand immer sieht. Deswegen bin ich doch eigentlich gar nicht hier. Fangen Sie an, sind Sie schneller fertig. Schnapp den Eindringling! Sie da! Bleiben Sie, wo Sie sind! Oh ja! Ach, lass mich doch einen Knüppelidioten K.O. schlagen. Boah, ich bin doch eigentlich nur auf Kistensuche. Mann, Mann. Ich suche die Kisten. Eigentlich ist eigentlich ja eigentlich. Da nur... Hat das mich auch eingeschaltet? Weil mir da sehr oft das passiert ist, was mir auch passiert ist. Ja, was soll man dazu sagen? Rausgeworfen quasi. Wo sind denn die Kisten hier? Hallo, ich bin doch noch gar nicht drin, ihr Idioten! Ja, warum ist die jetzt nicht da drauf? Jetzt bin ich drin! Was ist denn hier? Achso, dann kann ich auch da lang. Ich krieg dich! Nein, ich hab sie im Visier! Ich will doch einfach nur die Kisten suchen, ihr Idioten! Mehr will ich hier... Ach, Matrix-Ende! Ich hätte nicht gedacht, dass das hier drin sogar ist. Ich hatte ja gehofft, dass sie zumindest hier drin Ruhe geben damit. Hm. Ach... Meine Güte, ist das so super bequem am Ohr. Mir fehlen zwei Kisten. Da ist ja das Matrix-Ende, das geht mir auch ganz schnell auf den Sack. Ich kann nichts verfehlen! Ich kann nichts verfehlen! Du kannst nicht essen weglaufen! Ich sehe sie! Ach, meine Güte! Ja! Ah! 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 Mann, dass ich immer aus Versehen zuerst die falsche Taste drücke! Du kannst nicht ewig weglaufen! Ja... Ah! 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 Oh! Okay! Ah! Ah! Ach! Ah! 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 Es geht hier nem irgendwo hinein! die vom hals wert wie ich die los währt auch jetzt glaube ich auch noch ins sackgassen hinein gehen wir nach oben ein bisschen viele gegner hier ist hier eine kiste irgendwo ganz wenigstens irgendeinen sinn gibt deswegen hatte ich auch gedacht dass hier eventuell die kisten wären die ich nicht gefunden habe aber bei so vielen gegnern scannen also ich glaube die wahrscheinlichkeit dass hier eine kiste ist ja gut ist bedauerlicherweise nicht gleich 0 scannen scannen weiter hoch möchte ich nicht aber er gibt mir keine alternative das ist auch nicht wieder so spaßig geben sie mir doch mal eine alternative ja da macht doch da hoch eine um mich so scharf darauf bist du hoch zu gehen das war sowieso keine kiste was sei es drum das kann man noch nicht mal in der luft scannen ein training knapp sie scannen ist irgendwas gefunden worden durch blanken zufall muss ich ja wirklich schon sagen nein möge der zufall mit uns sein scannen da komme ich nur nach rechts dafür zieht mich nicht irgendwann richtigen wort hin scannen scannen und 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 es und das ohne auch und läm Das ist bestimmt wieder irgendwo dieses beschmierte Matrix-Ende. Nee. Jedenfalls durch Zufall entdeckt. Da ist nichts. Ich kann ja mal auf der Karte kennzeichnen, wo ich denn noch nicht war. Scannen im Matrix-Ende, Matrix-Ende. Warum zeigt er mir dieses verdammte Matrix-Ende nicht auf der Karte an? Wenn ich mir die Karte ansehen, dann mache ich die weiße Linie jetzt das Ende. Das stimmt aber gar nicht.